In diesem Video sprechen wir über das unpersönliche Mann im Perfekt. Ich muss aber gleich vorweg sagen, dass diese Konstruktion erstens etwas kompliziert ist und zweitens nur eher selten oder wenig genutzt wird. Das heißt, wenn ihr diese Lektion nicht ganz versteht, ist es nicht wirklich tragisch, weil, wie gesagt, diese Konstruktion wird eigentlich nur sehr, sehr selten im Italienischen angewandt. Das passato prossimo, das si impersonale bzw. si passivante, wird immer mit dem Hilfszeitwort essere gebildet. Also wenn ihr sagen wollt, man ist gegangen, man hat geschlafen, man hat das und das getan, dann braucht ihr immer das Hilfszeitwort essere. Erinnern wir uns noch einmal zurück, wir haben das si impersonale, das heißt, Verben, die kein Akkusativobjekt verlangen, sowas wie andare, gehen, da kann ich nicht sagen, ich gehe wen oder was, sondern andare verlangt einfach kein Akkusativobjekt und dann haben wir noch das si passivante, wo ein Akkusativobjekt vorhanden ist, zum Beispiel bei mangiare, essen, ich esse wen oder was. Schauen wir uns zuerst das passato prossimo, des si impersonale an. Wenn kein Akkusativobjekt vorhanden ist, gelten folgende Regeln. Erstens, bei Verben, die das passato prossimo normalerweise mit avere bilden, endet das Partizip perfekt in Verbindung mit dem si impersonale immer auf o. Zum Beispiel, si è dormito, man hat geschlafen, si è gridato, man hat geschrien. Dormire und gridare bilden das passato prossimo normalerweise mit avere, zum Beispiel, Luigi ha dormito a lungo oder Lucia ha gridato. Außerdem braucht dormire und gridare kein Akkusativobjekt. Ich kann nicht sagen, ich schlafe wen oder was oder ich schreiche wen oder was. Das funktioniert nicht. Deswegen handelt es sich hierbei um ein si impersonale und weil es normalerweise mit avere gebildet wird, endet das Partizip auf o. Bei Verben, die das passato prossimo normalerweise mit essere bilden, endet das Partizip perfekt in Verbindung mit dem si impersonale immer auf i. Zum Beispiel, si è usciti, man ist ausgegangen, si è andati al mare, man ist ans Meer gefahren. Uscire und andare verlangen auch wieder beide kein Akkusativobjekt, deswegen ist es ein si impersonale und normalerweise bilden uscire und andare das passato prossimo mit essere. Wenn ich sage, sono uscito di casa oder siamo andati al mare. Und wenn wir eben diese Wörter, die kein Akkusativobjekt verlangen und mit essere normalerweise gebildet werden im passato prossimo, im si impersonale ins passato prossimo setzen wollen, endet das Partizip immer auf i. Das schaut ein bisschen seltsam aus, ist aber richtig. Da auch alle italienischen reflexiven Verben im passato prossimo mit essere gebildet werden, endet auch hier das Partizip perfekt immer auf i. Zum Beispiel, man hat sich gekämmt, man hat sich gewaschen. Also weil auch alle reflexiven Verben immer mit essere gebildet werden, endet das Partizip perfekt des si impersonale immer auf i. Das waren jetzt die Regeln für das si impersonale al passato prossimo. Kommen wir nun zum si passivante. Wenn ein Akkusativobjekt vorhanden ist, wird die Endung des Partizip perfekt in Zahl und Geschlecht mit dem Akkusativobjekt übereingestimmt und das Verb steht entweder in der dritten Persons Singular oder Plural, je nachdem, ob das Akkusativobjekt im Singular oder im Plural steht. Zum Beispiel, si è mangiata la pizza, man hat die Pizza gegessen. Si sono mangiate le pizze, man hat die Pizzen gegessen. Si è letto il libro, man hat das Buch gelesen. Si sono letti i libri, man hat die Bücher gelesen. In diesem Fall haben wir also ein Akkusativobjekt, nämlich la pizza, le pizze, il libro und il libri. Und wenn das vorhanden ist, dann müssen wir unser Partizip perfekt mit dem Akkusativobjekt übereinstimmen. La pizza ist Feminin Singular. Deshalb steht erstens das Essere in der dritten Person Plural, nämlich sono. Und das Partizip perfekt, mangiate, endet auf e. Il libro ist maskulin Singular. Deswegen haben wir hier die dritte Person Singular von Essere, nämlich e. Und letto, das Partizip perfekt, endet auf o. Il libri ist maskulin Plural. Deshalb steht Essere in der dritten Person Plural. Und das Partizip perfekt, letti, endet auf i. Und das war's auch schon. Ich weiß, diese Regeln sind etwas kompliziert und auf den ersten Blick nicht ganz leicht zu durchschauen. Aber wie bereits erwähnt, ist dieses Kapitel nicht wirklich wichtig, weil selbst Italiener verwenden diese Konstruktion eher selten. Beziehungsweise man kann das auch leicht einfach mit etwas anderem irgendwie umschreiben. Hier habt ihr allerdings ein paar Beispielsätze, wo ihr das Si passivante, beziehungsweise das Si impersonale, Impressato prossimo einsetzen sollt. Falls ihr noch Fragen habt oder etwas unklar ist, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Die Lösungen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. A presto!